Die Drei Ewigen von Hans-Christoph Schöll Eine Untersuchung über germanischen Bauern-Glauben Erschienen im Eugen Dietrichs Verlag in Jena 1936 Mit diesem großartigen Werk komme ich zu einer vollherzigen Buchrezension weil ich dieses Buch nicht nur einmal gelesen habe sondern weil ich es regelrecht studiert habe und dieses Werk, um das es hier geht Die Drei Ewigen von Hans-Christoph Schöll ist ein sehr bekanntes Werk das in Kreisen der Sagenforscher oder Märchenfreunde einen sehr hohen Rang hat und sehr liebevoll in eine erstaunliche Tiefe der Forschung hinabreicht Ja, also, Hans-Christoph Schöll, was soll ich sagen? Es geht um die Drei Ewigen und der Titel rührt von den sogenannten Beten Das ist Anbett, Willbett und Borbett Wie der Untertitel schon sagt ist es eine Untersuchung über germanischen Bauern-Glauben Da kommen wir auch in einem Schlenker zu Will-Erich Polkert dem großen Volkskundler der die Sagen Europas als die bäuerliche Geschichtsschreibung benannte Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll Es ist so, es geht hier quasi um eine Drei um die ursprüngliche vorchristliche Dreifaltigkeit die tatsächlich aus dem Germanischen nachgewiesen ist Allerspätestens aus der Antike und wir wissen, das reicht weiter zurück vor den Römern und Griechen Und was Hans-Christoph Schöll in diesem wunderbaren Buch macht Ich wiederhole es nochmal Es ist so liebevoll geschrieben und eine großartige wissenschaftliche Arbeit ist, er geht diesen Drei Ewigen auf den Grund und erforscht sie ins Tiefste und benutzt dabei die hohe Wissenschaft der Philologie der Wortkunde und etliche Quellen und archäologische Befunde um das Rätsel, um diese drei Frauen zu lösen die wir vorrangig im berühmtesten Falle von Friedrich Panzer Man konnte ihn ja eigentlich den Urvater der Sagenüberlieferung nennen mit seinem Werk der bayerischen Sagen und Bräuche Was unter Volkskundlern eine ganz besondere Rolle einspielt Da er hingegen zu den Gebrüdern Grimm eine höchst wissenschaftliche Veröffentlichung machte selbst auf Reisen ging, um Sagen zu erforschen und auf seine Arbeit, auf seine zwei Bände die im Original leider überhaupt nicht mehr zu bekommen sind Keine Ahnung, wo so etwas liegen könnte Ich wäre sehr glücklich, sowas in Händen zu halten Zum Glück haben wir digitale Scans von dem Original Ja, diese drei Ewigen sind keine Symbole wie manche Märchenfreunde oder Hobbyforscher denken sondern sie sind, wie Hans Christoph Schöll auch feststellte, allerdings sich glaube ich an das Thema nicht heranwagte im Gegensatz zu Professor Will-Erich Polkert oder Friedrich Panzer Sie sind wahrer Bestandteil der europäischen Geschichtsschreibung Ja und wie das kommt, ist einfach ganz einfach Diese Damen sind vermerkt, notariell beglaubigt bis ins Mittelalter hinein bis ins früheste Mittelalter hinein sogar und ein Phänomen, das mich ganz persönlich auch in die Sagenwelt entführte Als ich das erste Mal in den ersten Band von Friedrich Panzer schaute war ich gefesselt und dachte Wow, das kann ja nicht sein Was ist denn das für ein interessantes Phänomen mit wunderbaren Belegstücken aus der sogar uns bekannten Historie das sich über Jahrhunderte unserer Vergangenheit hinwegzog und Einfluss nahm auf vieles, das wir kennen Ja und die Spuren sind aus Europa nicht zu verwischen Auch wenn manch einer das gerne anders hätte Aber darum geht es hier in die drei ewigen Er erforscht also den symbolischen wie auch den historischen Wert und Hintergrund von Anbet, Wilbet und Borbet die in etlichen Namen in unterschiedlichen Regionen bezeugt sind und von der katholischen Kirche ebenfalls diverse Namen bekamen Die Kirche war glaube ich derart verzweifelt im Beseitigen dieser Informationen was nicht funktionierte Wir wissen, dass die Kirche große Anstrengungen unternahm Vorrangig Jesuiten und auch verschiedene Glaubensbrüderschaften haben versucht diese Informationen zu verwischen Das ist keine Verschwörungstheorie sondern das ist in historischen Dokumenten belegt Und da das nicht funktionierte diese drei Frauen aus den Köpfen des Volkes heraus zu bekommen vor allen Dingen es waren ja Frauen und keine Männer hat man also zu einer List gegriffen und hat versucht diese Damen in die Reihen der heiligen Christen einzufügen Das hat nicht besonders gut funktioniert und man hat es auch so stümperhaft gemacht dass der klägliche Versuch sehr schnell und auch sehr früh aufflog Ich rede hier von der heiligen Ursula und den unterschiedlich in Zahl benannten Nothelfern Ja, diese drei Beten sind auch als die Nothelferinnen bekannt und wenn wir in historische Karten schauen unter anderem auch hier bei mir direkt um die um die Ecke da habe ich gerade eine Karte aus dem 17. Jahrhundert in der Hand gehabt also einen frühen Stadtplan von Hannover da gab es also am ich weiß nicht an welcher Himmelsecke weil damals waren die Karten nicht alle nach Norden direkt ausgerichtet auf jeden Fall gab es dort einen äußeren Stadtrand da war irgendwie da war es ziemlich wild und grün im Gegensatz zum Rest wo überall Felder anlagen und dort gab es einen Nothelferinnen graben ja wo die Leute quasi hingeströmt sind wenn sie nicht mehr weiter wussten Rat brauchten oder medizinische Versorgung oder wenn es Probleme gab bei Geburten um dort auf die Nothelferinnen zu treffen das Phänomen dieser Beten drei Beten man nennt sie so weil sie eben Anbet Willbet und Borbet heißen und sie gehen zurück auf die Erde die Sonne und den Mond also diese Frauen sind auch in der germanischen Realgeschichte sehr weit zurückgehend verfolgt und ich möchte hier das einmal noch betonen weil mir das nämlich ganz oft passiert dass ich es nicht tue und ich weiß dass dann auch sehr oft in der Vergangenheit stark beeinflusste Gedanken anfingen irgendwie zu dampfen schon ein bisschen also immer wenn ich von germanischen Dingen rede dann meine ich tatsächlich auch das was von den römern nicht zuverlässig übertragen wurde es geht hier quasi nicht um deutschland oder deutschland wie es ja jahrhunderte hieß sondern es geht hier um europa das was man germanen nannte oder germanien hat ein einzugsgebiet das gewaltig war und das hatte nichts mit deutschland zu tun sondern mit dem ureuropäischen volk sozusagen also die diese ureuropäer vor der antike liebten also ihre drei damen die die drei beten das fort bet geht zurück auf ewig ewiges leben also die frauen die ewig leben und ja das schienen sie auch zu tun weil sie sind ja immerhin interessanterweise in jahrhunderten bezeugt sogar notariell in etlichen dokumenten kaufverträgen also in stein gemeißelt das ist eben dieses phänomen was mich auch so gefesselt hat wo ich von anfang an dachte wow wie kann denn das sein selbst in die verrücktesten schrägsten äh literarischen äh schriftstücke die öffentlich nicht ernst genommen werden sind sie also eingepflegt und das ist schon sehr erstaunlich ja äh sie sind also die sonne der mond und die erde und gehen hier auf etliche elemente der symbolik und mythologie zurück und all das äh erforscht hans christoph schöll in diesem wunderbaren werk das so weit reicht dass wir ganz viel über unsere eigene kultur dabei lernen also dieses buch darf man nicht nur als ein äh als ein buch verstehen das drei frauen aus heidnischer zeit untersucht sondern wenn diese frauen in ganz europa so verehrt wurden dass also wirklich wenn ihr anfangt zu schauen welche berge wälder wiesen felder selbst unsere märchenwelt die frau holle ist teil eine dieser drei frauen da gehe ich aber jetzt nicht näher drauf ein die weißen schlüsseljungfrauen stecken in den drei beten wir haben so viele da von holldorf über die hollwiese über den hollunder busch bis ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen also das ist das erstaunliche an diesem buch und was dahinter steckt unsere gesamte kultur beruht auf einem phänomen das hans christoph schöll hier untersucht und das macht dieses buch so unfassbar wertvoll und das ist auch der grund warum dieses buch so bekannt ist in bestimmten kreisen von menschen die sich für märchen und sagen und für die volkskunde und für das ureuropa interessieren und all das wird in diesem buch eben auch einem bewusst und man kann dinge über seine eigene kultur lernen die man unter diesem titel dieses buches nicht vermuten würde daher ist das ein buch das man eigentlich anstatt vielerlei anderer in der schule mit den kindern lesen sollte oder wo man vielleicht auch eine kinderfreundlichere version mal von schreiben sollte das wäre auch ganz großartig weil hier steckt wirklich wahres wissen drin und es ist auch wirklich sehr liebevoll und toll geschrieben nichts desto trotz ist es sehr wissenschaftlich aber eine große freude ja ich würde jetzt am allerliebsten kurz hier den inhalt wieder geben damit man mal einen überblick hat der aber auch durch die inhaltsangabe noch nicht gegeben ist weil sich vieles erst dahinter verbirgt man könnte auch diese inhaltsangabe mal überarbeiten damit jeder der keinerlei verbindung zu dem thema hat und noch keine ahnung hat auch einen einblick erhält was denn da dahinter steckt ich lese das jetzt trotzdem einmal vor diese inhaltsangabe weil vielleicht hilft es dem einen oder anderen einen Einblick zu bekommen Inhalt Hotte Hotte Rössle hier geht es um ein Kinderlied so ist die Einleitung zwei mythische Kreise dann kommen wir zum Kapitel Matronen und Heilige zweitens die keltisch-römischen Matronen und die drei heiligen Jungfrauen drittens Mutterkult und Vaterreligion viertens drei Namen fünftens bildliche Darstellungen sechstens bisherige Versuche einer Deutung siebtens keltisch oder germanisch nächstes Kapitel die drei ewigen achtens am Bett neuntens Willbett zehntens Borbett elftens das Wort Bet zwölftens das mythische Kalb und die Ketten sagen oh das ist ein Kapitel also das ist so spannend ihr könnt euch nicht vorstellen was da drin steht wirklich für Abenteurer ist das haarsträubend wer wer sich gerne in den Wald begibt um dort nach alten Spuren zu suchen oder jeder der wie ich unterirdische Gänge liebt und sein Leben lang auch im Fehlglauben war dass es sich dabei vielleicht um einen Geheimgang handeln könnte der von einer Burg abging oder so okay da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster ihr müsst forschen wenn ihr das verstehen wollt was ich hier andeute und ihr werdet dabei auf den Kopf gestellt aber nicht nur von Hans Christoph Schöll weiteres folgt in weiteren Beiträgen so nun bin ich aber abgekommen das nächste Kapitel Heilige Städten und Zeiten 13 Orte der Verehrung 14 die drei Wochentage ohne Götternamen 15 das Heilige Grab ja also wer glaubt es geht hier um ein Grab ist das ja ich möchte das Buch gleich nochmal lesen es gibt so viele Missverständnisse die uns über ja gerade in den letzten 500 Jahren durch politisch wirtschaftliche Interessen des Mittelalters beigebracht wurden im Vergessen zur wahren Realität unserer Vergangenheit also ja das Heilige Grab 16 die Heilige Nacht 17 die Heiligen Berge ja da hatte ich auch schon mal einen Beitrag das erwähnt die Frauenberge und die alten Namen so ziemlich aller Berge in Europa ein spannendes Thema man kann es kaum fassen das nächste Kapitel die drei ewigen in christlicher Zeit 18 drei heilige Jungfrauen oha 19 unsere liebe Frau 20 die vierzehn Nothelfer und die heilige Mutter Anna 21 Dreifaltigkeit und Dreieinigkeit im Bildzeichen 22 die drei ewigen im Brauchtum und Aberglauben 23 drei Fräulein sagen dann noch die Kapitel germanische Matronen Fragezeichen und von den Müttern zum männlichen Gott das hätten wir uns in der Vergangenheit lieber gespart gut also ich denke mal ich habe einen ganz guten Überblick gegeben über das was euch hier erwartet und es ist viel tiefgreifender als ihr glaubt euer ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt wenn ihr dieses Buch liest ich muss euch leider auch gleich so enttäuschen nach meinem Kenntnisstand gibt es jetzt gerade wo ich das hier aufnehme noch zwei Originale im Netz die sind sehr teuer und es gibt soweit ich weiß keinen Nachdruck davon ja ich besitze einen selbstgemachten Arbeitsnachdruck noch ich weiß auch wo man eine digitale Version herbekommt also einen Scan der allerdings leider nicht sehr sauber ist ich werde aber mal einen sauberen Scan anfertigen um das für die Öffentlichkeit hier zur Verfügung zu stellen weil es es ist so es ist so dass der Hans-Christoph Völl glaube ich in den 60er Jahren starb und rein theoretisch gibt es jetzt noch irgendwie für zehn Jahre noch Rechte irgendwie auf dem Material das aber mit Sicherheit niemand niemand mehr ernsthaft für sich beansprucht nach meinem Wissen hatte Hans-Christoph Völl auch keine Kinder ist ein bisschen kompliziert man weiß da leider nicht sehr viel aber ja für den privaten Gebrauch sind das eh keine großen Hürden also ich werde das Original einmal ordentlich einscannen damit es das gibt und dann PDF draus machen weil das ist so keine besonders gute Lösung vor allem mit dem hier mir vorliegenden sehr schlechten Scan der teilweise dann schwierig zu lesen wird wir wollen mal sehen was man daraus machen kann was ich allerdings auch vorhabe in Zukunft ich möchte aus diesem Buch auch ein Hörbuch machen ich möchte das vorlesen weil das unfassbar wichtig ist was da für Dinge drin stehen ja schaut mal ob ihr da was findet ich kann mir gut vorstellen dass es digitale Möglichkeiten im Internet gibt und wer tief in die Tasche greifen will kann ja schauen ob er noch eine dieser wenigen Ausgaben bekommt und möglicherweise gibt es da auch ein Comeback spätestens irgendein Inder wird irgendwann auf die Idee kommen dass das gefragt sein wird und dann wird das halt auf den Markt geschmissen für einen Apfel und ein Ei das passiert irgendwie in vielerlei Hinsicht im Internet gerade und Print on Demand sage ich nur ja und ansonsten kann ich sagen genau wer es da ganz eilig hat der kann mir schreiben ich weiß einen Link zu einer digitalen Version und ja ich hoffe ich konnte euch mit diesem Buch ein bisschen inspirieren weil das sollte wirklich jeder sagen Freund und jeder Abenteurer gelesen haben wirklich wenn wenn ihr da raus geht und ihr wollt alte Inschriften lesen ihr wollt von der alten Welt etwas erfahren ihr kommt an dem Buch die drei ewigen von Hans Christoph Schöll nicht vorbei ganz wichtige Forschungsliteratur so das war es auch schon ich bin gespannt auf den nächsten Beitrag ich habe noch keine Idee was ich da mache aber ich könnte mir vorstellen dass wir uns dem Paracelsus nähern mit dem haben wir dann nämlich eventuell noch ein Hühnchen zu rupfen macht's gut bis bald mit